Im Namen der gesamten Mannschaft ein kurzes Dankeschön für das, was ihr hier abgewiesen habt. Hintergrund der Rundhunde, die hat man schon bei der Schlagzeilen gesucht. Ich bin ein, das weiß ich auch, als wir letzte Woche gewonnen haben, in der wir bestehen, habe ich Training bei meinen Spielern gesehen, ich habe Trainer, äh Training bei mein Jungs gesehen. Früher stand ich dafür, auch als mitgefahren, ich weiß, wie ihr euch spielt, doch als Felsen, der uns abgeschleißen war der Zusammenhalt. Diesen Fahne hat man sich!